Geburt. Ja, spielen wir einfach mal ein Survival vielleicht. Ich möchte eigentlich noch einen Hut rauchen, also werdet ihr noch ganz kurz als einer der Charaktere zuschauen müssen. Oh, vielleicht suche ich mir auch ein Match aus für Neues, weil man kann nicht so gut joinen offenbar. What to know. Oh, shit, shit, shit. Okay, ich bin fertig. Ach so, die mag ich und die, die Molotow. Okay, passt, passt. Noch fertig gemacht. For Tank, okay. Stirb. Stirb. Okay. Stirb. Okay. Oh, shit, shit, den Boomer habe ich nicht gesehen. Boomer, yeah, man. Trailerpark Boomer, yeah. Ich weiß schon, warum. Ich habe ja das DPI hochgestellt, bevor ich wieder begonnen habe, Left 4 Dead zu spielen. Das heißt, ich muss mich wirklich an die Schnelligkeit hier gewöhnen. Okay, gehen wir hier rauf. Nein, gehen wir nicht rauf. Das ist jetzt. Warum stirb. Stirb, 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 stirb. Irgendwo rauf möchte ich. Ja, da ist gut. Ist gut. Obwohl, ist nicht gut. Wo schießen wir das hin? Gehen wir jetzt da rauf. So, gehen wir einfach da nach hinten. Wow, 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 was war das? Jo, was war das für ein Bug. Wo ist der Tank? Da. Da. Deswegen kann ich keine Musik bei dem Spiel hören. Ich muss wissen, wo die Tanks und so herkommen. Komm schon, komm schon. Oh, ein Charger. Fuck, fuck. Killen. Komm, beschütz mich ein bisschen mehr. Schieß bitte die Zombies ab. Danke. Alter. Fuck my life. Okay, das wird schwieriger als ich dachte. Ich habe noch nie ein Survival gespielt, um ehrlich zu sein. Oh, ein Tank ist da. Oh, shit, der Snooker. Oh, grün ist gut, grün ist gut, grün ist gut. Heißt das, dass die erste Weile gleich vorbei ist? Oder was heißt das? Oh, shit, der hat keine Audio. Okay, ich habe die Audio. Sorry, sorry, sorry. Ich habe mich jetzt nur... reden hören. Ich habe mich noch ausgeschalten, ich habe... ohne einen Bronze Metal, okay? Heißt nicht, dass... das einfacher wird. Einer ist tot, warum ist einer tot? ... oh 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 oh, das ist so schlecht, lieb sobt lieb Lauf, 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 lauf! Kommt der Andref! Oh shit 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 Oh shit 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 Oh fuck my life Woah das sind zwei Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Ja das hab ich mir nicht so anders erwartet Oh Und sauberin Okay, für das erste mal nicht schlecht Aber ich werd glaub ich eine Campaign spielen Äh Ich glaub ich witziger Machen wir einfach Äh Äh Kann ich eine erstellen Create a game, okay Okay Edit game settings Step center Passt, macht aber nicht easy advanced Dann Und ja Choose character machen wir noch Ich mag Alles Mitspielen Business geil So Jetzt kommt kurz die Filmszene Dafür gibts für mich ein Hut Erenddessen Und ich glaub nach der Campaign mach ich eine kurze Pause Weil ich hab Hunger Und es ist schon 17 Uhr heftiger shit Es ist laut Ich glaub das muss das ein bisschen Leise machen Sorry Ich bin gleich wieder da Ja ich brauch noch kurzen Hut Vielleicht kommen noch andere Spieler hierher Ja 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 Oh das braucht sich so stark Ich weiß nicht was ich da mache Ich weiß nicht was ich da mache Oh Ex Ja ich glaub ich nehm Achso nein Fuck So advanced Da kann ich nicht nur Durchrennen Also das ist die erste Campaign Plus Und Und dann Ich verliere es nicht nicht Ich weiß nicht Ich werde es nicht Schrauben Ich werde es nicht herr ein Charter ja ja ich kann es nicht auf ja 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 Ja, er ist auf Zombie Puke. So, das war kein Zombie. Ein Katana. Ich bleib bei dem. Wenn, dann sollte ich hier einen Crowbar nehmen, weil ich das Achievement brauche. Das Katana Achievement habe ich schon. Slice-Wap-Achievement, eh. Okay, wir waren das alles besonders so. Woah! Puh! Hunter Wallach. Ein bisschen... Ein Jockey, na schön. Und ein Spitter. Ist der hergekommen hier. Oh, ich habe fast kein Leben mehr. Pipebomb. Pipe. 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 Peike. Pipe. 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 Das macht die Puke-Bomb, falls, OH SHIT, DAS IST SPECIAL ZOMBIES, wir haben nicht effektet von dieser Puke-Bottle, das ist ein bisschen nervös, oh, schon wieder, lassen wir die anderen, das erledigen, okay, aber wir haben das alles gecleared, nicht mal schlecht, okay, wie ihr seht, ich kenne eh schon das Level, ich weiß, was man machen muss, und so, wow, warum traue ich mich das auch auf Advanced zu spielen, am Anfang habe ich das auf Advanced probiert, das war etwas schwer, ich glaube, das war der erste Shooter bis auf Halo, voll könnte ich spielen, aber ich hätte euch den Inner Reach und der CAE, oh, das ist immer schön, dann wird das Spiel gespielt, okay, so machen wir den 옆 Italy, weg, wo Sachen zu kaufen? Ah, auf der Fall 2 zu gehen, es reicht, ich weiß nett, es wird auch, was wir brauchen, ein zweiter spieler endlich 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 zwei boomer gekillt und wurde jetzt insgesamt vier mal angeschrieben das war ein bisschen unnötig aber echt schlimm Adrenalin? ok warte, warte, kann ich dir nicht help geben? ah nein, ich weiß schon wieder wo es weiter geht jetzt kommen wir erstmal runter und bekommen eine utzi oh, falsche Pasta die falsche Pasta ok, da kommen wir zum Gegner ooooh Witzelank ist er, witzelank ist er stirb, 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 stirb Oh, und das ist der 8-Kid. Der andere hat jetzt ein Ding von uns. Was brauche ich jetzt? Oder da geht's raus? Warte schon, also... Sollte man den Tasten durchschicken. Habe ich mir noch nicht angewöhnt leider, die Tasten da oben zu benutzen. Das die Computer aber keine Kanaten und so nehmen, ist ein bisschen nervig. Oh fuck! Genau mich angeschwungen. Einen Flug hat man jetzt ziemlich tot gesehen. Einen Hunter kann man eher mit einer Shotgun gut abwehren, wenn er auf einen zuspringt. Mit der OZ hier ist es ein bisschen schwer. Ähm... Half-Kentnahme... Die Shotgun ist ein bisschen besser als die andere, aber... Ja... Toll, ich hab ja die... Deagle als so wertig glaube ich. Ähm... Nicht die Shotgun nehmen, sondern die OZ. Okay... Keep staying, so... Sounds good to me. What are we waiting for? Let's go! Reloading! 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 Leads zu ones ganz guter Computer! Hier sollte man nicht Waffe wechseln während man nachlandet, sondern einfach nur wegschossen. Das ist das Beste eigentlich... Oh. Oh shit, ich weiß ein Puma, glaub ich. Jetzt fett ich. Geil, nicht. Ha, das war unnötig. Wow. Jetzt haben wir auch so Pilsen und so. Brauchte wahrscheinlich. Warum hat er sie jetzt schon benutzt? Ja, lass den eigentlich mal. Ich mag nackern fassen. Oh. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's up, das war's... Oh, da war's so clean. Oh... Erzählt noch. Altyna ツーódz, okay. Was ist waar? Ja, Profiemang, okay. Na Powherz CDs, kurnts 이용 ich nicht. Oh, fuck, 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 fuck. oh shit 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 wie viel von den fucking granaten kann da bitte okay jetzt ist er ja nicht drauf naja schon muss man echt aufpassen dass man die kollegen nicht Ich würde einfach gerne eine Taste haben um Waffe zu wechseln und nicht um durchzuklicken aber wurscht. Vielleicht gibt es das eh. Ich könnte das vielleicht auf eine Maustaste stellen. Das wäre ganz gut. Einfach zwischen den Hauptwaffen hin und her wechseln. Warum erwischt mich das von dort drüben her? Ich glaube ich nehme die Pistole jetzt, während ich den Grenade-Luncher habe. Das ist ein Moment. Das ist ein Moment. Das ist ein Moment. Ich bin so in der Pukel ausgriffen, oh f**k Ich nehme mir irgendetwas anderes, Hades fühlt sich nicht nach. Ja ... oh shit 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 shit... Depp, der gepilzt. Oh was, der ist nicht tot. Jetzt aber, ich würde voll die Wester mit einem Gwinnettlaunch erwischt. Das macht der Zahn, oder? Oh, der ist die Wester. Oh, der ist die Wester. Oh, der ist die Wester. ja vor jetzt habe ich klappt, oh nein jetzt habe ich klappt, oh wow ein Stimmen, ja ganz chillig, ehrlich ist es okay ich nehme das glaube ich mit oh und jetzt kommt der safe das ist gut, wenn ich ein paar also nehm ich mir Darker B nehm mir das, da gibt es Pipe Bombs ich kann mir... ähm... ich nehm glaube ich Deagle Medical Feuer, Feuer Sie finden die Kohl's in der Yachter-Food-Store Ich versuche den Pass in den Hallen für Sie Ich höre Sie mein Mann Ich verstehe Sie hier Aber ich muss nur klar sein, dass wenn wir sie bekommen Ihr Buh-Off wird uns helfen Nicht nur werde ich helfen, dass Sie in den Hallen gehen Ich versuche sogar die Räume, die Sie von mir verabschieden haben für Ihre Aufmerksamkeit So warte... Das Holz ist eigentlich auch so Pipe Bombs und so geben Aber warte... Haben die anderen wahrscheinlich Ich hab keine Pipe Bombs, also... Lass mich das noch nicht Ja, der holt den Oh shit, 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 shit Na, schon schon Hopp, 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 hopp So okay Ich hab keine Pipe Bombs Ich hab keine Pipe Bombs Oh What the fuck Oh fuck Danke, 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 danke Danke, danke, danke Danke Puh, wir haben es geschafft Puh, das ist doch knapp Häftig, häftig, häftig Häftig Wir müssen da lang, wir müssen da lang Wir müssen da lang So, das ist kein Tommer Doch, aber Loller, okay Und hopp Oh, man, ja drauf. oh oh shit das ist einfach so geht schneller und in der Maul hier kommen wir einige das ist einfach der die 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 Warte, ich muss kurz noch was abchecken, nehm ich bei Twitch, ob da eh Left or Right jetzt steht. Erfolg. Wenn man mich kurz gehört, ist der Grund, aber ich bin wieder da. Und auf geht's. Ich mag Huck, Rapsen wirklich viel mehr. High Bomb. Okay. Irgendwo ist die Witch. So. Okay, der hat er. Wie hab ich den verfehlt? Das Toiletten war nicht so gut gemacht. Aber offenbar. Ich könnte vielleicht ein bisschen Gary's Mod zu CT oder so spielen. Ich glaub das ist mit Freunden lustiger. David und ein anderer Freund, der vielleicht eh auch mitspielt, dass er zur Zeit hat, der nicht so Bock aufzocken leider. Aber der hat das auch. Und der Freund, der nächste Woche mitspielen will, hätte das auch. Also schauen wir, ob das da geht. Ganz witzig auf jeden Fall. Ich hab viel Zeug auf Gary's Mod. Also viele Add-Ons. Das heißt, Trubbing Terry's Down und Guess Who und alles mögliche. Haben viele, nur viele Möglichkeiten, was draus zu machen. Mit den Items zusammen. Flat Building könnten wir auch mal machen. Da nutzen die vielen Props schon einiges. Ich glaub es gibt noch einen Safe Room. Wir fahren Ende. Und was war's dann? Ist das da? Sorry, sorry. Ich glaub da kommt vieler, also. What the fuck, wo ist der hergekommen? Ich nehm immer die Sachen, weil ich sie auch dann hergebe, falls die anderen verbrauchen. Das machen viele andere nicht. Warum? Ich möchte sie mir lieber. Auch wenn eine andere sie nicht hergebe, falls sie Leben braucht. Außer es ist ein wirklich Fotzenkopf. Gib ich sie mir eigentlich immer. Zum Beispiel. Ich hab mal mit einem Fotzenkopf gespielt, der einfach versucht hat mich zu killen. Und wir haben uns gegenseitig abgeschossen, bis der Tod war. Ach so, hier geht's gar nicht hin. Ups. Es ist nur so ein Zwischenraum. Uhhhhohohoho. Oh shit 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 shit. Wir müssen da rauf, okay offenbar kennen die das Level nicht. Schöner ist das erste Mal Wo gehts weiter? Das ist eine gute Frage Das ist immer schön Ok Da gehts eh weiter Ok passt Das ist immer schön Ich mag die M16 behalten mit dem Laser Side Weil ich weiß ja auch Ammo Molotov Das kann man nicht aufnehmen Hier gehts weiter Oh Ich muss nicht mehr ausladen Warte Da gehts eh weiter Auf der anderen Seite Warte Da gehts eh weiter Auf der anderen Seite Warte Da gehts eh weiter Auf der anderen Seite Immer alle Räume durchschauen, weil ich könnte nur Halfpacks und alles rumgehen Was ist das? Oh fucking hell Ich schwör sie durch, also darf ich noch immer das erste nehmen Jetzt laufen 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 wenn es geht Oh fuck Oh shit, nein 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 Ok, wir müssen den Alarm ausschalten Ist das wichtiger Oh nein Oh nein Wenigstens voll wärme drauf Nein Was macht der? Oh nein, weil der reingespawmt ist erst Der ist eh nicht drin, gib ihm... Alter, so ein Scheiß, das gibts ja nicht Ich muss da durchrennen, yo, jetzt können wir die ganzen Shit von vorne machen, das ist toll Awesome, und zwei sind raus Okay, hol ich mal das Magazin lieber zurück Erfah, ich bin jetzt alleine, das passt auch Es ist nicht der Zahn, aber nicht meine Schuld Ich bekomme ich aber sicher auch keine Pipebombs hier Ich bekomme ich aber sicher auch keine Pipebombs hier Da ist ein Mordertask zu mir, nirgends Wir waren wirklich fast am Ende, Alter Und die haben so verkackt, wir sind nicht den Eskalator rausgelassen, so Rolltreppen Ah, ist wenigstens einer wieder da Schau mir die Stats am Ende auf jeden Fall an, weil ich mag sehen wie viel das ist Auch wenn die anderen weiter gehen wollen Ich wurscht Ich hab einfach die Lobby, da können Leute dazukommen Wenn sie wollen Falls ihr jetzt zuschaut Ich hab nämlich einen Zuschauer Falls der ins Spiel kommen will Der hat sich eingeladen Also einer weiß wenigstens schon Ich habe das Schauen Ich werde es auch auf jeden Fall Ich werde es beim bei 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 Habe ich da nicht irgendwo hingekillt, das weiß ich nicht, da war ein Puma, ich habe nicht das, das gibt es jetzt auch sicher nicht, egal, rennen wir einfach weiter, ich wusste nicht, wo es weiter geht das erste Mal, also wenn ich irgendwo hingehen raus, das weiß ich, aber dass es da ein Health Pack geben müsste, das weiß ich nicht, das weiß ich, aber unten gab es die Ammo, shit, egal, das müsste ich hier eigentlich aufgeben, weil ich mich Muchachin, auch drauf wow wow... comoon, can you speak please? Der Leiter mehr war. Warum macht er das zu? 1,000 PS, 1,000 MW Master Chief Das Haufelder war nicht immer unten. Da war eh niemand unten. Wow, gut, dass ich da nicht runtergeflogen bin. Das hat mir schon mal passiert, also nicht in dem Level, aber auf dem Rain glaub ich es ist. Da muss ich schon... zumachen. Tief ab. Ja, das ist jetzt kurz, ne? Jetzt haben wir es. Ich bin geschafft. Mit ein bisschen besseren Spielen. Oh, ich hatte... Oh mein Gott. Lauf, laauf, laauf, lauauf, lauauf, lauf, 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 lauf. Lauf. Oh fuckfuckfuckfuckfuckfuckfuckFUKF hikeAFUUUCK во men Wer aufhelle veriendaet wird, dann ullte mal Zeit Der erste der auf mich zuläuft Ich geh weg Ok ok Ich brauch helf Unbedingt Unbedingt Dude Wow Ich bin Okay, voll, habe ich glaube ich eh schon gefragt, aber Horrorspiele, große Fans, von guten, fehlt mir welche und ich werde mir welche holen. Vor allem für die VR Brille, wenn ihr ein gutes habt, außer Half-Life Alyx, das hab ich schon, meldet euch bitte, das ist das Problem, wenn man so lange braucht, guten Tag, ich kann es ja müssen abkürzen. Ah, jeder hat über 1000, was man der Tank hat, aber echt viel Leben bei Advanced, offenbar. Most Kills with Mini Weapon 1, oh wow. Oh, ich nehme einen Baseworklayer, ich nehme einen Baseworklayer. Robo, das war ganz gut. Redібrand? Bad��ét, das weiß ich nicht. schon genommen er feiert bis hier sind ich schau noch kurz da rein weiß nicht ok 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 na was wie es geht also alles gut warum ist denn jetzt eitel ok es wird jetzt schwieriger ok naja voll fast so warte 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 was 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 ok fucking heiler freut sich nicht ok 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 oh nein die sind noch oben die sind noch oben ok 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 auf auf die Jetzt kommt man da raus, echt, äh, ja, fast. Shit, shit, was denn die machen? Wow, nicht runterfallen. Wursa, wursa, wursa. Ich hole lieber die. Das wäre keine gute Idee, ich weiß nicht, was da auch hingeht. Ich weiß nicht, wer von denen stirbt, so lebe ich ihn eh wieder mit dem D-Fab. Wie geht's da hin, ist die Frage da raus. Nein. Da kommen noch Fische raus. Das ist ein weißer Zombie. Keine Fische. Warte, 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 warte. Dann kommt da rüber. Schau mich da hin, ich kann da runterjumpen auf jeden Fall. Okay, okay. Ja. Oh. Lauf, rauf, bitte, 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 komm. Komm schon. Komm schon. Wuh. Awesome. Was? Ich bin gestorben. Oh, Alter. Ich wurde am öftersten von allem hab ich aufbenutzt, weil ich das einzige durchgespielt habe. Anster arcade... Oder... Oh, sogar Smokehut... Matsuch ich will schon mal, ha. Ja, da hat ein 1000 damage dafür. Jetzt bleibt meinetisch. Das ist ja mal... 29% raus! Aber nicht so viele Headshots, da bräuchte ich die Sniper. Na voll, das ist jetzt mal ein mittellanger Stream, da machen wir mal was zu essen und bin nachher wieder online. Und vielleicht ist der Arbeit auch online. Und ja, zwei neue Spiele, also könnt ihr euch vielleicht auf Granny Simulator oder auf was noch Haftet 2 genau fahren. Also bis später. Und wir hören uns auf jeden Fall.